Und herzlich willkommen zur Rapschau. AK Außer Kontrolle sagt aus im Bushido-Arafat-Prozess. Es wird hitzig. Ich bin Mr.Rap, dranbleiben. Willst auch du jetzt einen Lamborghini, eine Villa auf Mallorca und einen Haufen Geld haben, dann benutze den Code RAP10 bei ZECKPLUS und spare 10%. Ruhe im Gerichtssaal! Jetzt rede ich. Herzlich willkommen zum mittlerweile 52. Prozesstag im großen Bushido-Arafat-Prozess. Die Phase, in der es ja quasi wöchentlich geile Gossip-News aus diesem Prozess gab, ist mit der Aussage von Bushido zu Ende gegangen. Danach hat es so ein bisschen vor sich hin gedümpelt. Jetzt allerdings scheint so langsam eine neue Phase im Prozess eingeläutet worden zu sein. Denn die Phase der Rapper-Zeugen hat offenbar begonnen. In den letzten paar Terminen war schon Samra als Zeuge geladen, ist allerdings unentschuldigt nicht gekommen, hat dafür jetzt offenbar ein Ordnungsgeld in Höhe von 600 Euro bekommen und ich schätze mal auch einen ordentlich saftigen Eintrag ins Klassenbuch. Naja gut, wenn er nicht kommen will, dann kommt er halt nicht. Nächster auf der Zeugenliste und er ist auch tatsächlich gekommen. AK Außer Kontrolle. Eine erste Nähe zwischen AK Außer Kontrolle und Bushido gab es Mitte 2017, als AK Außer Kontrolle nämlich auf dem Bushido-Album Black Friday auf dem Song Echte Berliner mit vertreten war. Im selben Jahr wurde AK Außer Kontrolle dann ja neben MO030, Lars und Samra bei Air Scooter Junge gesigned und es wurde auch bekannt gegeben, es soll ein EGJ-Label-Sampler rauskommen. Dieser wurde dann in der Szene ja als große Antwort auf die Disses auf JBG3 erwartet, wurde dann allerdings Anfang 2018 abgesagt. In einem Interview mit Mois2019 sagte AK Außer Kontrolle, der Sampler sei eigentlich quasi schon fertig gewesen, es sei dann allerdings an den fehlenden Parts von Bushido gescheitert. Und um diese ganze Schose rund um den Sampler ging AK Außer Kontrolle jetzt auch in seiner Aussage vor Gericht ein. So erzählt AK zunächst einmal, er habe über seinen Bruder Kontakt zu Arafat gesucht, die beiden hätten dann einen möglichen EGJ-Deal verhandelt, seien auch zu einer Einigung gekommen und Bushido sei dann erst zur Vertragsunterzeichnung dazugestoßen. Mit EGJ habe AK dann einen 30%-Deal gehabt, also 30% für AK und 70% ans Label. Diese 70% hätten sich dann wiederum Bushido und Arafat 50, also eigentlich 35, 35 untereinander aufgeteilt. Das sei zumindest das, was AK erzählt worden sei. Er selber sei mit diesem Vertrag zufrieden gewesen, denn vorher bei Universal habe er nicht 30, sondern nur 18% bekommen. Er selber habe nach dem Deal dann auch seinen Teil der Abmachung erfüllt, zwei Monate lang ordentlich Musik gemacht und Songs aufgenommen, wohl für den eigentlich geplanten Sampler. Doch Bushido wiederum habe seinen Teil der Abmachung dann nicht eingehalten. Hier sagt AK dann, man habe ihn eineinhalb Jahre hingehalten und Bushido habe nur an seine eigene Karriere gedacht. AK sei Bushido scheißegal gewesen, von daher sei jetzt Bushido auch AK scheißegal. Auch sagt AK, die abgemachten Pläne seien im Nachhinein einfach nur leere Versprechen gewesen und er sei einfach liegen gelassen worden. Wohl wegen AK wird gesigned, Label Sampler ist geplant, AK arbeitet dran, Label Sampler kommt nicht wegen Bushido. Grund für den Release-Unwillen von Bushido, laut AK Bushidos Probleme mit Kollegah und Farid Bang. Der Sampler wurde ja als große Antwort auf JBG3 gehandelt, aber Bushido habe laut AK nicht antworten wollen. Und hier wird dann mal wieder dieses ominöse Video rund um Bushidos Frau und so weiter erwähnt, welches Bushido ja öffentlich immer dementiert hatte. Allerdings sagt jetzt auch AK, Bushidos Release-Unwillen, Antwort-Unwillen habe wohl auch an diesem Video gelegen. Bushido habe Angst gehabt, so AK. Dadurch, dass in dieser Zeit von AK auch nichts rausgebracht wurde, kam natürlich auch kein Geld rein und bei AK hätten sich in dieser Zeit 10.000 Euro Steuerschulden angesammelt. Wegen diesen 10.000 Euro habe sich AK dann erst hilfesuchend an Bushido gewandt. Dieser habe ihn dann allerdings vertröstet und sich dann irgendwann in dieser Angelegenheit nie mehr gemeldet. Dann habe er sich an Arafat gewandt und das Geld quasi bekommen. Als es dann schlussendlich zur Trennung von Bushido und Arafat gekommen ist, damals hätten sich ja alle Künstler von EGJ entscheiden müssen für Bushido oder Arafat. AK hatte sich damals für Arafat entschieden, denn er sagt, Bushido sei in dieser Zeit nicht fähig gewesen, Musik zu machen. Bushido habe ständige Paranoia wegen Farid, Kolle und diesem angeblichen Video gehabt. Nach dem Verhältnis zwischen Bushido und Arafat gefragt, sagte AK aus der Kontrolle, er habe da nichts Negatives gesehen. Für ihn seien das zwei Freunde, zwei Brüder gewesen. Und zum ja eigentlich Kern dieses Prozesses, von wegen Einsperren im Studio mit Flasche und so weiter, konnte AK wohl auch nichts sagen. Von daher geht die Aussage zu Ende, zumindest mit guten Gossip News. Und der nächste Prozestag ist bereits heute. Mal sehen, wer da vielleicht als Zeuge geladen wird. Man munkelt, vielleicht. Irgendwann demnächst könnte auch Flair geladen sein. Aber zum Abschluss gibt es noch eine kleine Twitter-Reaktion von Bushido auf eine Aussage von AK außer Kontrolle. Denn jemand postete einen Watson-Artikel, wo unter anderem auch steht, von wegen AK hat gesagt, man hat mich anderthalb Jahre hingehalten. Und Bushido kommentiert das Ganze mit den Worten, kann mich nicht erinnern, dass er anderthalb Jahre bei mir unter Vertrag war. Und damit ist, würde ich sagen, der Fall geschlossen. Ruhe im Gerichtssaal! Naja, wir sehen uns morgen wieder, denn das war's von mir. Abonnier und aktivier den Gerichtssaal. Tschüssi! Dieses Gelaber, keine große... Bleib mit... ...